Bühl, ein klangvoller Name. Eine Stadt mit langer Geschichte, einem lebendigen Heute. Aber was ist das Geheimnis dieser Stadt? Was ist an ihr so besonders? Immer wieder kommen Leute hierher, bleiben ein paar Tage, machen Urlaub, kaufen ein, wohnen oder arbeiten hier, schauen sich um und stellen fest, ja, hier lässt sich's leben. Herrlich gelegen, mittendrin im Badischen, nicht weit von Baden-Baden, Straßburg, Frankreich in der Nachbarschaft. Das Klima ist mild, die Sonne bringt es auf viele Tage im Jahr und schon ist es da, das Bühlgefühl. Keiner kann behaupten, dass es hier keinen Stress gäbe, aber es geht eben alles etwas ruhiger zu, überlegter vielleicht. Man redet miteinander und ist stolz. So auch auf das Bürgerhaus Neuer Markt oder die Mediathek. Vieles in Bühl läuft gut, weil viele sich Gedanken gemacht, Lösungen gefunden haben und das Leben so ein wenig lebenswerter, angenehmer geworden ist. Die Stadt ist lebendig, von der Rheinebene bis hoch zu den Schwarzwaldhöhen, von 123 Metern über dem Meeresspiegel bis 1038 Meter. Das ist auch selten in Deutschland und herrlich zu erleben. Wer sich in Bühl auf den Weg zum Einkaufen macht, muss nicht lange laufen. Alles zusammen, gut erreichbar, viele Parkplätze und Bummelmeilen. Selbst von ganz weit her zu kommen, ist kein Problem. Der Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden ist nur 10 Kilometer entfernt. Also Bühl sozusagen mit eigenem Flughafen, aber eben ohne Lärm. Hier, mitten im badischen Rebland, wachsen die Affenthaler Weine, Spätburgunder und der Riesling und noch bekannter die Bühler Zwetschgen. Kein Wunder, dass jährlich die Zwetschgen mit einem großen Fest gefeiert werden. Und Feste haben in Bühl Tradition. Ob alemannische Fastnacht, Musikfestivals oder Weinfeste. Da ist es wieder, dieses Bühl-Gefühl. Die Stadt ist aber auch genau am richtigen Platz. Direkt an der Nahtstelle zur Wirtschaftsregion Offenburg und der Technologieregion Karlsruhe und Zentrum für den gesamten Süden des Rastatt-Landkreises. Beeindruckend dabei ist, dass auf die knapp 30.000 Einwohner rund 21.000 Arbeitsplätze kommen. Es ist also kein großes Geheimnis, warum so viele Firmen gerade Bühl als Standort gewählt haben. Zum Beispiel Lug, Bosch, GlaxoSmithKline, Uhu, USM, GMT oder Kaba. Und immer mehr wird verständlich, weshalb die Bühler so eng mit ihrer Stadt verbunden sind. Aber auch wo es herkommt, dieses Gefühl, was Bühl so besonders macht.